servus liebe freunde halli hallo herzlich willkommen zurück ja wir sind hier immer noch in der einsaat parallel dazu ich seppe jetzt gerade mal hier durch weil irgendwo hatte ich genau den hier den brauchen wir nämlich jetzt auch langsam erst mal schauen ob ich doch nur platz habe ich habe es mir gerade gedacht wird doch jetzt eng gucken komme ich hier rum ein bisschen ungünstig geparkt hier komme ich nicht rum oder komme ich da doch durch wird ein bisschen eng könnte gerade so passen hänge ich fest ja natürlich hänge ich fest wo sonst ja jetzt so viel dazu ich kann ihn aber auch nicht mehr woanders hin platzieren ich glaube ich verfahre mich da gerade ein bisschen rein so mal gucken kommen wir da jetzt rum ja wunderbar gut denn wir können auch hier jetzt mit der mit dem düngen starten vorzugsweise fahren wir mal zum richtigen feld hinter denn ja das großfeld ist jetzt so gut wie fertig da müssen wir gleich nur noch mal schauen es kann natürlich jetzt passieren dass wir noch mal neu ansetzen müssen wenn der jetzt runter gefahren ist und dann wieder hoch fährt naja mal schauen zum anderen haben natürlich auch wieder vorgewände auch hier müssen wir ja dementsprechend noch ein bisschen arbeiten da sollten wir vielleicht auch die breite etwas besser ausnutzen dass wir hier vielleicht so ein stückchen weiter innen ran fahren so ich denke so ist gut da wenn wir jetzt mal ein bisschen den helfer starten lassen und dann wenn wir einfach das ganze hier ja durchdüngen mal gucken jetzt wie gesagt die sehmaschinen die die feder statt wenn die jetzt hoch fertig glaubt die hat eben nicht so die komplette reihe mitnehmen können da wenn wir dann wahrscheinlich für das feld 30 für diese kleine ecke noch mal ansetzen ja und wir haben dann natürlich auch noch die holz geschichte da müssen wir auch noch ein bisschen weitermachen dass wenn wir uns dann gleich in ruhe noch mal anschauen mit der poltergabel hat ja ganz gut funktioniert und von dem punkt möchte ich natürlich dann eigentlich auch gucken dass wir da weiterkommen so und das sieht jetzt beides blöd aus sehe ich gerade so hier nehme ich mal den helfer gerade raus denn da haben wir jetzt zwei spuren die nichts geworden sind das ist natürlich blöd habe ich glaube ich eben beim einfädeln auch nicht so richtig drauf geachtet das werden wir aber gleich noch in ordnung bringen fahren wir jetzt erstmal hier rüber können wir hier schon mal im prinzip den dünger schlitter 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 die düngereinrichtung starten dann gucken wir mal in der übersicht ja das sieht nicht ganz so optimal aus wo der fährt jetzt hier noch mal hoch das ist eigentlich gut weil wenn der oben angekommen ist lassen wir hier links diesen schmalen streifen noch mal nach unten machen und dann haben wir nur noch das reststück dort so und da hinten kommt ja im prinzip ganz hinten kann was ganz schwach erkennen ja der dünge streue dann auch angefahren gut der ist jetzt gleich oben und während der war eigentlich noch auf dem weg ist ich glaube überlegen könnten wir ja mit dem schon wieder in richtung fällt 37 runterfahren denn da haben wir noch ein bisschen was zum beladen bin mal gespannt also ihr habt bis jetzt noch nichts geschrieben ob wir dann später einen anderen anhänger haben wollen und das nur mit poltergabel oder ob wir den rückgehänger doch behalten wollen könnt ihr mir gerne noch mal reinschreiben so und hier fahre ich glaube ich jetzt gerade da bisserl unsinnig weil ich müsste ja eigentlich hier irgendwo wieder rüber das war jetzt nicht ganz so optimal dann fahren wir hier noch mal rein das ist jetzt ein bisschen querfeldein das war jetzt gar nicht so geplant naja aber hier ist noch relativ eben da geht es noch so da ist die straße langsam fahren weil hier sonst ansonsten böses geruckel so und hier wollte ich nämlich eigentlich über die brücke dann drüber dass wir wieder auf der richtigen seite sind ja bei dem fluss das ist so ein bisschen naja tricky das ganze so dann einmal hier rüber sehmaschine ist immer noch zugange ich hoffe die ist jetzt irgendwo hängen geblieben ne eben hat sie abgeschaltet perfekt dann können wir die nämlich auch gleich neu ansetzen denn ich möchte natürlich auch gucken dass wir das feld 28 auch noch entsprechend einsehen das haben wir auch noch vor uns so hier fahren wir einmal die große kurve und ich würde sagen hinter dem feld 14 fahren wir da mal die straße runter dann müssten wir eigentlich da ziemlich gut in unsere richtung kommen so gucken wir mal jetzt mal hier drauf fahren obwohl wir fahren jetzt erstmal hier auf seite ansonsten wird das ganze nämlich ein bisschen zu hektisch und schauen gerade mal der steht ja jetzt hier oben das heißt den werden wir jetzt hier nochmal auf diese ja fälschliche spur setzen wo hier noch ein bisschen was gefehlt hat denn das möchten wir natürlich auch noch einsehen dann kann der hier schon mal weitermachen mal schauen wo unsere feldspritze gerade hantiert die ist hier unten die kommt im moment noch ganz gut zurecht mal gucken da oben beginnt dann der eventuell kritische teil da müssen wir nochmal ein auge drauf halten passt aber im moment auch noch so und dann können wir hier eigentlich jetzt erstmal weiter fahren dass wir da wie gesagt runter kommen denn wir wollen ja auch mit unserem bäumchen ein bisschen vorankommen zum einen bringen die natürlich gutes geld zum zweiten für unser nächstes projekt zwingend voraussetzung dass die bäume weg sind denn wir wollen ja dann eventuell auch gucken dass wir die zwei felder verbinden und da was größeres draus machen so und ich sehe gerade 112 liter also tanken müssten wir bald auch mal wieder braucht es aber jetzt noch nicht da haben wir noch ein bisschen zeit mal kurz gucken wenn wir da unten entlang fahren da müssten wir eigentlich ziemlich genau raus kommen genau fahren wir bis zum 28er da links und dann sind wir da dann haben wir das nämlich ein bisschen einfacher als wenn wir da überhof und sonstige umwege nochmal heizen so und wenn die sehmaschine unten angekommen ist dann setzen wir sie ein letztes mal an der ecke vom feld 30 an und dann kann es dementsprechend weiter gehen so wir sind auch hier schon fast angekommen das ist gut müssen wir immer so ein bisschen auge drauf halten ich weiß nämlich jetzt nicht ob die feder steht dann einfach weiter einsäht oder ob der helfer erkennt da ist schon eingesäht und da nichts mehr macht müsste er eigentlich aber das werden wir gleich wissen so dann müssen wir einmal hier links rum so und da oben steht auch schon entsprechend der kollege mit der poltergabel mal gucken ob wir vielleicht den rest wirklich so auch wieder aufgenommen kriegen stellen wir uns vielleicht auch gleich andersrum hin vielleicht so seitlich dann ist es ein bisschen leichter denn ich denke mal die äste die müssten wir eigentlich dann ohne probleme kriegen und ich möchte das natürlich mit der poltergabel auch dann auch noch mal ausprobieren so das heißt wir machen die stützen raus und nehmen den einfach mal ganz nah oben damit er hier nicht stört so und bevor es hier weiter geht wie gesagt noch einmal die letzte fuhre zum ansetzen das heißt hier müssen wir ein stück hoch aber diesmal lenken wir auch passend ein dass wir nicht wieder eine überlappung haben so können hier den helfer starten lassen so das hat wunderbar geklappt mit dem düngen das heißt der läuft da sauber durch das ist perfekt und ja wir werden dann entsprechend hier mal ein bisschen weiter hantieren machen wir mal da große lichtern denn wir wollen ja das habe ich jetzt auch gut geparkt kann ich aber auch gleich noch was anderes probieren weil ich ja mal probieren wollte ob wir da auch mehrere stämme mit einem schlag kriegen können fahren wir mal hier ran noch ein stück hoch so mal kurz das dingelchen aufmachen vielleicht noch ein bisschen aufmachen noch ein stück vor vielleicht so jetzt sind wir schon ganz unten mal gucken wenn wir jetzt zumachen ob das so klappt dass wir hier beide stämme oder stammstücke mitnehmen können das sieht ein bisschen wackelig aus aber irgendwie hängen die jetzt doch zusammen wo? ah eben hat er ihn losgelassen und der ist extrem lang sehe ich gerade das ist natürlich ungünstig aber jetzt versuchen wir den mal noch ein bisschen hoch zu setzen oh Gott oh Gott also das ist nicht ganz so optimal da muss man natürlich dann noch ein bisschen sägen probieren wir jetzt mal ob wir den so reinkriegen lässt sich natürlich schön transportieren klar jetzt müssen wir hier sogar ganz kurz mal ansatzweise auf das Feld halt nicht so weit so das sieht schon mal eigentlich ganz gut aus von der Seite könnte es auch passen wenn wir den jetzt da runter lassen da müssen wir trotzdem erst sägen das ist blöd also im Prinzip müssen wir ihn so ablassen ein wenig noch ein Stückchen zurückfahren ich weiß noch nicht ob wir den so gesägt bekommen da ist ja zum Glück Platz das ist gut so vielleicht jetzt mal kurz absteigen mal schauen ich würde ihn nämlich ganz gerne erst noch klein sägen weil die Stelle das ist ein bisschen ungünstig so nehmen wir uns mal die Säge hups raus perfekt können wir direkt hier einen sauberen Schnitt machen so dann können wir den nämlich auch jetzt hier einfach ablegen dann passt das nämlich ich probiere das mal aus der Ansicht das heißt wir müssen jetzt mal gucken dass wir das hier nach unten neigen so und jetzt aufmachen das mag aber nicht so richtig also eben haben wir es wunderbar ja ist drin klappt eigentlich soweit ganz gut jetzt müssen wir nur gucken dass wir hier die restlichen Sachen noch aufnehmen geht generell mit der Poltergabel ganz okay aber gut auch noch ein bisschen Gewöhnungssache so vielleicht noch ein Stückchen raus weil da muss man natürlich dann auch gucken dass man anständig ranfährt so gucken ob er den jetzt greift nö greift er nicht toll mal gucken wo wir hier stehen ah der ist noch nicht ganz runter so müsste das besser gehen jetzt gucken ob wir ihn jetzt gegriffen kriegen ja so ein einzelner Stamm ist gar nicht so leicht oh der wackelt da ganz böse drin rum aber wir haben ihn drauf äh gehabt okay also das klappt dann nicht so gut fahren wir hier mal rüber gucken ob wir hier den großen Brummer noch kriegen aber die sind alle noch nicht gesägt die Teile das ist blöd also nochmal kurz absteigen dann machen wir daraus erstmal kleinere handliche Stücke so auch Licht anmachen dass wir sehen wo wir sägen oh das ist der lange dann schneiden wir den am besten hier mal durch so dann haben wir hier noch einen den können wir da auch gleich absägen der ist von der Länge eigentlich auch gut so mal gucken ob er hier oder muss ich mich da einfach nur ein bisschen ducken für ja ein bisschen ducken dann geht's so weil vielleicht geht das ja doch schneller als mit dem Rücke oh der ist ziemlich lang da gehen wir mal hier an die Ecke dann können wir den hier vielleicht besser einsägen so und jetzt probieren wir das Ganze nochmal mit dem Traktor aufzunehmen ähm wie gesagt auch da muss ich natürlich erstmal noch ein bisschen Erfahrung sammeln so wenn wir den erstmal nach unten neigen dann das Ganze mal öffnen ja die Maussteuerung ist da noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig man braucht viel Platz auf dem Platz äh auf dem Schreibtisch man braucht viel Platz auf dem Platz ja super formuliert so Feldspritze ist durch Düngestreuer läuft noch ah je da muss man echt oh 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 das ist äh ja für den Grobmotoriker Solaris nicht ganz so einfach so das heißt mit Fingerspitzengefühl hinter dann das Ganze nach unten und jetzt mal gucken wenn wir mal zumachen dürfte man eigentlich krallen ja das sieht doch schon mal gesund aus so und jetzt könnte man sogar gucken ob wir den vielleicht hier direkt drauf kriegen oh da der läuft sogar durch die Baumstämme durch okay ein bisschen ungewohnt aber nun gut ähm vielleicht noch ein Stückchen rüberfahren also viel schneller geht das im Moment auch noch nicht aber das kann auch jetzt damit zusammenliegen da ich einfach noch nicht genug Erfahrung habe da drin so den gleich wieder nach unten das passt ein Stück nach vorne oh wie weit können wir da runter eigentlich ganz gut ah da hängen wir schon ein bisschen vielleicht noch ein Stückchen nach hinten so jetzt machen wir das Ding mal auf so dann liegt der zweite Stamm schon mal drin wunderbar dann können wir gleich hier den nächsten probieren oh ja eben hänge ich an den Baumstämmen ein bisschen fest wäre es vielleicht ganz gut der der stört gleich mal als nächstes zu nehmen aber ich sehe auch schon unsere Zeit ist schon wieder um ist natürlich auch jetzt blöd also hier sauber ranfahren so dann einmal schon mal ein bisschen vorab nach unten gucken dass wir den natürlich auch nach Möglichkeit relativ genau in der Mitte erwischt wegen Schwerpunkt so ja das war jetzt naja fast gut machen wir die Klappe zu naja das sieht nicht sehr stabil aus ne das sieht gar nicht stabil aus der mag nicht so wirklich also das gibt dann nochmal ein Thema da können wir uns nochmal unterhalten drüber da könnt ihr mir vielleicht auch nochmal einen kleinen Tipp geben wie ich das am besten handeln kann denn so viel Erfahrung mit dieser Poltergabel habe ich jetzt auch nicht äh wir gucken jetzt nochmal ganz schnell die Sehmaschine ist fertig perfekt äh ja und der hängt deswegen war es ganz gut dass wir jetzt doch nochmal geschaut haben das war natürlich jetzt wieder Supi dann machen wir das nämlich jetzt andersrum dann fahren wir mit dem gleich nach oben und dann lassen wir den von oben dann der nächsten Folge runterziehen weil vielleicht kriegen wir dann auch das ganze übergangslos hin es ist immer so ein bisschen das Problem mit dem weiten Ausholen hier ob das ganze dann hinhaut so äh ich würde sagen wir könnten vielleicht hier so in der Rubrik dann starten in der nächsten Folge weil dann müsste er eigentlich ganz gut durchkommen in diesem Sinn sage ich für heute aber erstmal danke fürs Zuschauen bis zur nächsten Folge Servus und Tschüss bis zur nächsten Ble corporation